Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Neumond-Orakel. Wir haben Neumond im Steinbock und haben ja gestern beim Wochen-Orakel entschieden, naja, wenn es so viele Geistesblitze und Aha-Effekte gibt, dann machen wir doch mal wieder eine Gegenüberstellung und gucken, ob das denn auch beim Gegenüber was bewirkt. Ja, die Kartenauswahl, Meerjungfrauen, die Herzensquelle erwecken, Haschtaro, Haschstille, ja, also in der Stille, im Rückzug wird die Herzensquelle erweckt. Gut, die Rückseite der Kartendecks gibt schon mal einen Hinweis darauf, wie. Ja, also wir haben hier, hier guckt mal, wieder die Elf, hatten wir gestern im Wochen-Orakel auch, ne? Und Elf, Eins, hatten wir ja auch gestern das Tor, ne? Ja. Also, auf euch zukommend, eine rettende Magie, also Energie, ja, die was bringt, alles auf den Kopf, ne? Alles auf euch zukommt, hier. Zehn der Stäbe, ein Kraftschub. Und das ist das, was wir im Wochen-Orakel gestern als Kernaussage auch hatten, ne? Ja. Würde ich sagen, fangen wir direkt an, ne? Gucken wir mal, was das so auslöst, mit sich bringt, sichtbar macht. Oder eben auch nicht, ne? Wir schauen. Wir fangen mit euch an, ihr kennt die Legung von mir, ne? Wir haben eure Gedanken, das ist meine Legeschablone, den Hirschkönig kennt er ja. Eure Gedanken, Gefühle, ein Rat an euch. Fug. Gedanken vom Gegenüber, Gefühle vom Gegenüber und die nächsten Schritte. Eure Gedanken. Urahnen der Welt. Hier, es geht wieder, ne? So wie wir es im Wochen-Orakel auch angezeigt hatten, ne? Es geht wieder um Wissen und Weisheit. Hätte ich mir am liebsten eigentlich nochmal die Mondenergien hier hingestellt, ne? Die Mondenergien, wir hatten den Berg, die Sterne und das Buch. Genau. Wieder. Ja, schon wieder Knaller, ne? Also, die Meerjungfrau führt dich zu Urahnen in dieser Welt. Die Urahnen möchte sich mit dir verbinden und in dir das Wissen, die Weisheit und das Vermächtnis deiner Ahnen erwecken. Und leuchten lassen. Hier, haben wir auch auf Kopfebene, ja? Und das ist das, was wir im Wochen-Orakel gestern auch bei allen Elementen im Grunde genommen liegen hatten, ne? Dass es jetzt einfach um ein Wissen geht, ne? Das euch ermöglicht, weiterzugehen, die Situation zu verändern oder auch die Situation hinter sich zu lassen, ja? Und das ist auch das, worüber ihr euch Gedanken macht, ne? Erwecken und leuchten lassen. Dein lichtvolles Potenzial beginnt zu strahlen und über deine Herzquelle fruchtbar und nährend in dein Leben zu fließen, ne? Ja, ganz genau. Das hatten wir auch auf einem Element, ne? Dass die Dinge jetzt einfach wieder ins Fließen kommen können oder man sich diesem Fluss hingibt, ne? Man in eine Akzeptanz und Annahme gekommen ist. Warum? Ja, einfach durch die Erfahrung, ne? Durch das Wissen. Die Urahnen ist die Mutter allen Seinsvollen von allem in dir und auf der Welt. Sie schenkt dir den Schlüssel der Heilung. Ganz genau, wenn man dann irgendwann mal an den Punkt kommt, ne? Dass man ein Wissen, ein Faktum auch einfach zulässt, was wir ja 2020 das ganze Jahr gemacht haben, ne? Immer gesagt haben, ja, das ist alles ganz toll mit den Seelenverbindungen. Tatsache ist aber, Fakt ist aber, ja, ihr seid auf Erden inkarniert und es gilt, das Ganze irdisch in die Umsetzung zu bringen und nicht nur auf 5D oder auf allen anderen eben, ne? Und ihr habt angefangen, nicht mehr zu ignorieren, ja, dass ihr auf Erden inkarniert seid, ja? Ein irdisches Dasein führt, ne? Und dieses Wissen halt in euer Sein zu integrieren, ja? Und dann halt die Wahlmöglichkeit zu haben, gut, okay, was mache ich denn mit meinem irdischen Leben, ja? Verbringe ich das mit Warten, mit Quälen, mit ich habe eigentlich kein Recht auf ein Leben und ein Glück und ein was weiß ich nicht was, ja? Oder entscheide ich mich, gut, okay, ich weiß das, aber das ist ein Zusammenspiel, ne? Und wenn das Zusammenspiel hier nicht klappt, dann gehe ich halt anderer Wege, wieso, weshalb, warum? Ja, weil ich alles Mögliche ausprobiert und versucht habe und deshalb mir gar nichts anderes übrig blieb, als an den Punkt der Tatsachen und Fakten zu kommen, ne? Dann ist man sozusagen auf Erden gelandet, ja? Und ist auch in der Lage, mit den Erdenergien zu arbeiten, ne? Mit Tatsachen und Fakten und trotz alledem dann das Glück zu wählen, ne? Das Glück und die Fülle für sich selbst zu wählen, sich diese Erlaubnis zu geben, ne? Ja, das ist der Schlüssel der Heilung, ne? Warum? Ja, weil dann eine Harmonisierung entsteht, weil man sich mit sich selbst verbindet. Naja, und das ist das, was in eurem Gedankenfeld eingezogen ist. Ja, und das ist am Ende auch das, was eine Rettung verspricht, ne? Ja, ganz genau, auf euch zukommt, ne? Sieben der Stäbe, ne? Ähm, wenn euch da ein Gegenüber abwehrt, ja? Oder in der Vergangenheit, euch in der Vergangenheit, sich in der Vergangenheit gegen euch gewehrt hat, sich da aufgebäumt hat, oder, ne? Dann, ähm, ja, gut, okay. Habe ich das jetzt verstanden, ne? Und ich muss hier nicht irgendwie, dann ist das halt so, Akzeptanz und Annahme, ne? Ich muss jetzt hier nicht mein Leben mit, äh, mit Kampf und Krampf und, ne, so weiter verbringen. Das ist ein Wissen, ne? Ich, ich habe in der Vergangenheit etwas getan, ja? Das wurde abgelehnt oder darauf ist eine, ist eine Ablehnung gekommen. Ich habe eine Ablehnung erfahren und dieses Wissen muss ich mir jetzt, äh, nicht noch hundertmal reinholen, ja? Irgendwann kommt man dann an den Punkt der Annahme und Akzeptanz und dann weiß man, ja, nö. Also jetzt, äh, wird es Zeit, dass ich in die Harmonisierung komme und mich mit mir selbst verbinde und das ist dann auch der Schlüssel der Heilung, ne? Ich muss mir da jetzt nicht noch, äh, hundertmal eine Abfuhr einholen, ne? Ja, das ist das, womit sich euer Köpfchen befasst, ne? Ja, ganz genau, ne? Da hat vielleicht auch jemand, auch auf euch zukommen, ne? Da hat vielleicht auch jemand, äh, Schluss gemacht, ne? Hier. Euch, äh, abgewehrt halt, ne? Ist ja im Grunde genommen die gleiche Karte, nur aus einem anderen Kartendeck, ne? Ja, euch abgelehnt. Eure, äh, Zuneigung halt, äh, nicht erwidert, ne? Ja. Ja, und das ist eine Erfahrung, die braucht ihr einfach nicht nochmal. Ja. Hier, guckt mal! Das ist im Grunde genommen das, was wir gerade schon gesagt haben, ne? Ähm, für jeglichen Ehrgeiz, den ihr da rein investiert habt oder reingesteckt habt, ne? Habt ihr da eine kalte Dusche gekriegt, ne? Das ist wie eine kalte Dusche für euch, ja? Und, äh, ja, eine kalte Dusche ist halt alles andere als angenehm. Die braucht man halt einfach nicht nochmal, ne? Dankeschön, Dankeschön. Ich bin jetzt wach, ja? Ich bin jetzt wach, ich habe das verstanden, ich habe dieses Wissen integriert und, äh, da stecke ich jetzt bestimmt nicht nochmal Ehrgeiz rein, weil so eine kalte Dusche hier, so eine Erfahrung des, äh, der, der, der Ablehnung, ne? Des Schluss, was auch immer. Nö. Nein, ähm, sich das immer wieder einzufangen hat definitiv gar nichts mit Harmonisierung und nichts mit Heilung zu tun und auch nichts mit Verbundenheit zu tun, ne? Das ist jetzt, ähm, Akzeptanz und Annahme. Ja? In eurem Gedankenfeld stecke ich da nochmal Ehrgeiz rein, kriege ich nochmal, kassiere ich nochmal eine kalte Dusche? Nein, danke. Okay. Das sind also eure Gedanken. Was sagen denn eure Gefühle dazu? Eure Gefühle? Eure Gefühle haben aber, oder euer Herz, ja, hat aber da noch Träume, ja? Oder fühlt sich, äh, äh, durch Träume, Wünsche noch, äh, verbunden, ja? Tauche mit den Meerjungfrauen hinab und lasse dich von ihnen zu dem Ort führen, an dem deine Träume geboren werden. Ja, hier kannst du den Botschaften deiner Seele lauschen und mit ihr kommunizieren. Du erhältst die Fähigkeit, deine Träume selbst zu bestimmen. Genau, ne? Ganz genau. Das ist ja auch das, äh, was euch euer Herz quasi meldet, ne? Du, du lebst im freien Willen, ne? Du bist in der Selbstbestimmtheit, ja? Ja, du bestimmst deine Wertigkeit. Und wenn du da jetzt nochmal Ehrgeiz rein investierst, kein Problem. Ja, aber dann, äh, geh davon aus, dass du wieder eine kalte Dusche kassierst. Ne, weil Vergangenheit ist zum Lernen da und diese Erfahrung der Ablehnung, ne? Und der Ausgrenzung und Begrenzung hast du schon gemacht. Und wenn du da jetzt wirklich wieder Ehrgeiz rein investierst, ähm, ja, dann, du darfst deine Träume selbst bestimmen, dann halt nochmal, ne? Witzig. Und, äh, das erzähle ich euch gerade genau auf der elften Minute. Ha, 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 ja. Mühllos und spielerisch bewegst du dich durch das Meer deiner Träume und gibst selbst die Koordinaten ein, ja, genau. Sodass sich deine Träume auf den von dir gewünschten Bahnen zeigen, ne? Also, wenn du nochmal eine kalte Dusche möchtest, ja, du diese Erfahrung nochmal für dich brauchst, dann, äh, hau rein, ne? Hält dich keiner auf, ja? Hält dich keiner auf. Hier haben wir den Pagen der Stäbe. Also, du träumst zum einen davon, ähm, deine Leidenschaft, ach, das ist ja ein Knaller. Wartet, erst kurz den Satz zu Ende bringen. Deine Leidenschaft auch ausleben zu können, ne? Ja, ist auch genau richtig. Richtig. Da hast du auch ein Recht drauf, ja? Das darfst du auch. Warum solltest du dein Glück nicht leben dürfen, ja? Können, sollen, sogar müssen, ne? Warum nicht? Ganz genau. Deine Träume sind, du möchtest deine Leidenschaft und deine Energie, ähm, leben können. Deine Lust, deine Leidenschaft, ja? Ja, richtig. Und dann aber auch, ähm, die Stabskarten, ne? Sind, ähm, Feuer, Energie und guckt mal, was wir hier mit drauf haben. Ja, den Stier. Und wer ist gerade im Stier, ne? Der Stier fällt mir gerade auf, weil Stier ja eigentlich Erde ist, ne? Und Erde nicht zu Feuer gehört. Deswegen, ähm, wenn ich dann so einen optischen Bruch habe, gehe ich da immer direkt drauf ein, ja? Ja, aber wer ist denn gerade im Stier? Energetisch, ne? Der Mars. Marsi Mars ist gerade im Stier, ja? Marsi Mars ist im Stier. Es gibt Veränderungen. Deswegen hatte ich wieder den Impuls, ne? Ne Gegenüberstellung zu legen. Und bei euch zeigen sich diese Veränderungen vielleicht auch in den Träumen. Aber ihr habt die Erfahrung gemacht. Ja, mag sein, trotz alledem, ja, investiere ich da wieder Ehrgeiz rein, bekomme ich halt wieder eine kalte Dusche, ne? Oder wieder eine Ablehnung, eine Zurückweisung, ne? Was weiß ich, ne? Übergebrezelt. Das Zusatzorakel Mars im Stier habt ihr ja auch in der Infobox, ne? Marsi Mars. Ja, hier, guckt mal, was, was, ihr werdet da halt, ähm, hier, gerufen, ne? Auf euch zukommend, ja? Verlockung, ne? Die Versuchung. Die Versuchung, da doch wieder Ehrgeiz rein zu investieren, ne? Ja, aber hier, dein Herz meldet dir schon, dann wärst du ein Esel, ne? Ich soll sagen, sei doch nicht dumm, ne? Dein Herz meldet dir schon, sei doch nicht dumm, ja? Du weißt es doch, ne? Du weißt es doch. Ja, das mag ja sein, dass er, ne, er sie es gegenüber zieht, ja? Ja, das liegt an diesen neuen Energien, ja? Dann Marsi Mars im Stier. Aber, wenn du da jetzt wieder Ehrgeiz reinsteckst, du hast doch mittlerweile das Wissen, ja? Sei doch nicht dumm. Ja, damit entdeckt, ihr euer Gegenüber, beobachtet euch dabei, ne? Wie reagiert ihr auf das Ziehen, ne? Steckt ihr wieder Ehrgeiz rein, werdet ihr beobachtet, sozusagen? Und, ähm, was darf ein Gegenüber da für eine Entdeckung machen? Nein. Die Phase, wo ich, äh, mich angestellt hab wie ein Esel, die ist beendet. Punkt. Ich lass mich hier nicht mehr verhohne piepeln, ja? Ich brauch diese Erfahrung nicht mehr. Ich hab genug Wissen gemacht. Und ich brauch mir da auch nicht nochmal ne kalte Dusche abzuholen. Danke. Ja, irgendwann ist man an dem Punkt, ne? Da, äh, hat man in diesem Bereich genug Erfahrung gesammelt, ne? Was ist denn hier der Rat an euch? Ja. Verbringe diese Phase, ja, diese neuen Energien, ne? Massimas im Stier, ja? Der da zieht, um, äh, weil er auch eine Erfahrung machen muss, er sie ist, ne? Nämlich eine neue Entdeckung, welches, dass du nicht mehr bereit bist, dich hier zum Esel zu machen, ja? Oder dich für blöd verkaufen zu lassen. Ähm. Verbringe diese Zeit, diese Phase, ne? Ähm. Von Massimas im Stier mit deinen Seelengeschwistern, ja? Die Meerjungfrauen zeigen dir, an welchen Stellen du tiefe Seelenverbindungen spüren und erwecken kannst, ne? Dich überkommt ein augenblickliches Erkennen und du fühlst dich ganz angekommen. Und da, wo du dich angekommen fühlst, wo du dich geborgen fühlst, ja? Wo du Spaß haben kannst, wo du dich frei formulieren kannst, wo du keine Ängste haben musst, wo du nicht, äh, ausgegrenzt oder zurückgewiesen wirst, ja? Wo du dich angekommen fühlst, ne? Einfach mal runterfahren kannst und entspannen kannst und, äh, ganz gepflegt du sein kannst. Da bist du richtig, ja? Da bist du richtig. Und da verbringe jetzt deine Zeit, ja? Du erinnerst dich daran, dass du verbunden bist und es fällt dir leichter, Zeichen zu erkennen. Lasse ein Gefühl des Nachhausekommens in dir leuchten. Das unbeschreibliche Gefühl der Liebe, der Vertrautheit und der Geborgenheit können jetzt deine Seelengeschwister in dir aufsteigen lassen. Ganz genau, ja? Verlasse einen Bereich, wo du dich immer wieder zum Esel machst, Ehrgeiz reinsteckst, um dann nur kalte Duschen abzukriegen, ne? Und verbringe diese Zeit jetzt mit Menschen, die dir das Gefühl der Liebe, Vertrautheit und Geborgenheit geben. Und nicht das Gefühl der Ablehnung, Ausgrenzung und, ne? Verstehe, dass du das selber bestimmst. Ja? Das ist der Rat an dich. Ganz genau. Und wie nennt man das hier? Neu in der Kelche, Selbstliebe nennt man das, ne? Dehne also das Feld der Selbstliebe in deinem Energiefeld aus. Ja. Es kommt aber nicht so gut an bei einem Gegenüber. Der möchte, der RGS möchte dir diesen Zahn gerne ziehen, ja? Und das versucht dich sozusagen zu angeln, ne? Wieder herbeizulocken, ja? Und das spürst du, indem du wieder in dir wieder eine unglaubliche Sehnsucht entfacht wird, ja? Die ein echter Albtraum ist, ne? Warum ist das ein echter Albtraum? Ja, weil du es ja eigentlich besser weißt und das auch gar nicht mehr willst, ne? Aber trotz alledem ist diese Sehnsucht da und diese Sehnsucht ist da, weil RGS gegenüber dir diesen Zahn der Selbstliebe ziehen will, ja? Und deswegen entwickelt sich diese Sehnsucht für dich zu einem Albtraum, ja? Ja, ganz, ja, hier. Ist keine schöne Energie, ne? Sturm, Luft, hatten wir gestern auch im Wochenorakel, ne? Vertreibe diese Energie mit Luft, mit dem Verstand, ja? Und es wird da ein Sturm aufziehen, ja? Ein Sturm auf dich zukommen und du hältst diesen Stand, ja? Indem du deine Träume selber bestimmst. Das kannst du, wie im Wochenorakel angezeigt, über die Meditation machen, ja? Wenn du da keine eigenen hast, ne? Infobox, ne? Sind eine Menge Meditationen drin, welche gerade für welches Element gut ist, hatten wir gestern auch im Wochenorakel besprochen. Und mit diesen Meditationen einschläfst, ja? Also dir die nicht nur tatsächlich zum Meditieren tagsüber anmachst, sondern auch, wenn du ins Bett gehst, mit diesen Meditationen einschläfst, weil alle meine Meditationen darauf ausgerichtet sind, dich mit dir selbst und mit deiner Seele zu verbinden, ne? Was wir ja hier für dein Köpfchen als Schlüssel zur Heilung angezeigt haben, ja? Okay? Das ist die Hilfestellung dafür. Und tagsüber umgibst du dich mit Menschen, die dich lieben, denen du vertrauen kannst und die dir das Gefühl der Geborgenheit geben, okay? Das ist gerade der Rat an dich. Gut, da zieht also ein Sturm auf. Und jemand versucht dir diesen Zahn zu ziehen. Diesen Zahn, der, ich benehme mich nicht nochmal wie ein Esel und ich werde da nicht nochmal Ehrgeiz reinstecken und mir eine kalte Dusche abzuholen. Das heißt, wie macht sich das denn hier bemerkbar? Was haben wir denn bei RCS gegenüber auf dem Gedankenfeld? Positives Denken. Ja, aber hier guckt, ne? Die Ermutigung dazu. Also, RCS gegenüber wird von den Energien, ne? Hier, Maß im Stier, ne? Ermutigt, die stets bejahend zustimmt und positiv zu denken, ja? Sie weiß, dass euer Gegenüber gerade vieles beschäftigt. Aber das Gegenüber wird aufgefordert, ja? Diese Probleme und Sorgen mal in den Hintergrund treten zu lassen. Jetzt wird mir Jupiter im Wassermann gezeigt. Jupiter im Wassermann hatten wir genau, ne? Diese ganzen Drittenergien, was das auch immer ist, ja? Ob das jetzt eine Arbeit, ne? Eine Schwiegermutter oder eine Nochfrau ist, ne? Oder eine andere Frau ist. Was dazu führt, oder Finanzen, whatever, ne? Was dazu führt, ja? Dass er halt viele Probleme und Sorgen und so weiter und so fort am Hacken haben. Das mal in den Hintergrund treten zu lassen, ja? Und, ja, da werden schöne, kraftvolle, inspirierende Erlebnisse, Erfahrungen und Geschehnisse eingeflossen, fließen dort ein, ja? Das ist wieder, jetzt wird mir wieder die Wintersonnenwende, das Tor gezeigt, wo zurückgeschubst wird, ne? Auf den Seelenpfad, auf die Akasha, ja? Ja, genau. So können sich Zufriedenheit, Lebensfreude und Optimismus in deinem ganzen System und auf all deinen Ebenen ausbreiten. Doppelt angezeigt, ne? Wunscherfüllung, ja? Versuch positiv über deine Wunscherfüllung zu denken. Konzentrier dich nicht nur auf die Probleme. Konzentrier dich nicht nur auf, was eine Umsetzung deiner eigentlichen Wünsche und Ziele für einen Haufen an Veränderungen nach sich ziehen würde. Folge deiner Neugier. Hier, guckt mal, ihr werdet schon beobachtet, ne? Da. Und das ist das, was ihr spürt, ne? Dieses Ziehen, sage ich ja, diese Sehnsucht ist ein Albtraum, ne? Wieso denn Blues, ne? Wieso denn Blues? Ja, weil an der anderen Seite am Band gezogen wird, ne? Sie sind neugierig, ja? Neugierig, haben da Wünsche und Sehnsüchte und das spürt ihr halt einfach, ne? An dem Band wird gezogen. Ja. Es ist ja auch alles gar kein Problem, ne? Dann sollen sie ihre Neugier und ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte befriedigen und denen nachgehen, ne? Das ist hier die Aufforderung, ja? Dem steht aber noch halt, der Haufen an notwendigen Veränderungen und Sorgen steht diesen im Wege, ja? Ja, aber die Energien treiben die Neugier auf eine Spitze. Hier, es kommt ein Sturm auf euch zu und das ist das, was ihr auch spürt. Und deswegen entwickeln sich die Sehnsüchte gerade wieder zu einem Albtraum, ja? Obwohl euer Köpfchen euch meldet, was soll denn dieser Mist? Ja, ich brauche diese kalte Dusche nicht nochmal. Gut, dann wissen wir jetzt schon mal warum, ne? Ja, das ist auf Herzebene los. Die Gefühle. Ja, hier. Ja, die Entscheidung muss hier gefällt werden, ne? Und nicht bei euch. Ihr habt genug Erfahrungen gemacht, ja? Ja. Die Entscheidung muss auf dieser Seite gefällt werden und das ist auch das, was das Herz meldet. Ja. Das Herz nimmt also die Gegenüber jetzt hier an die Hand, ja? Um, hier guckt mal, ein Sturm kommt auf euch zu, ne? Um bei einem Neuanfang zu unterstützen, ja? Hier ist ja schon die quälende Neugier und das Beobachten und der Wunsch nach, ne? Ah, ich will's wissen, ja? Ja, wird vom Herzen gesendet, ne? Und das Herz drängt sozusagen zu der Entscheidung, ja, dann mach doch, hör auf durch das Schlüsselloch zu gucken, mach die Tür auf und geh da durch, ne? Und da gibt's hier Unterstützung bei einem Neuanfang, ne? Sich zu trauen, ganz genau, ne? Sich von Alten zu verabschieden und zu lösen, ne? Von Überholten, Ausbremsenden, ne? Was das alles ist, haben wir mit wieder Jupiter im Wassermann in der Infobox und hier ja aber auch schon angezeigt, ne? Damit die Herzquelle wieder klar und funkelnd sein kann, ja? Jede deiner Entscheidungen liegt in deiner Hand, ja genau, es liegt in deiner Hand, ne? Ist ja auch so, ne? Und diese Erkenntnis, ne, diese kalte Dusche habt ihr euch jetzt ja auch schon hundertmal abgeholt, ne? Dein Leben formt sich aufgrund deiner Entscheidung. Du darfst selbstsicher und mutig wählen und die Situation den Wert geben, den du für richtig hältst, ne? Hier, klar, kannst du an der Tatsache festhalten. Mist, dann muss ich hier irgendwas verändern, ja? Und eigentlich bin ich dafür viel zu faul und davor habe ich auch Angst, ne? Ja, aber hier, wage den nächsten Schritt. Das Herz drückt, die Energien drückt, Mars im Stier drückt, Jupiter im Wassermann drückt, ne? Habt ihr alles in der Infobox? Hier doppelt angezeigt, hier auch nochmal zwei der Münzen, ne? Ganz genau. Dann entscheide dich. Deine Entscheidung, dein Mut, nicht nur zu gucken, sondern da durchzugehen, ist das einzige jetzt, was dich erlöst von diesen Qualen. Es sei denn, ihr habt vor, das wieder zu tun, ne? Aber eigentlich mache ich mir bei dem, was ich hier an Energien für euch liegen habe, da keine Gedanken drüber. Ja, das ist der Ritter der Münzen, der langsamste Ritter, ja? Und auf die zukommt, was das auf Herzebene, das Gefühl, ja? Dass sich bei euch da einfach Veränderungen anbahnen. Was für Veränderungen, haben wir hier alles aufgezählt, ne? Diese ganzen dementsprechenden Erkenntnisse und hier, wie war das, ne? Das Eseltun zu beenden, ne? Ja, das bahnt sich hier auf Herzebene an, ne? Das Wissen. Ja, aber sie versuchen, das Herz zu kontrollieren, ja? Hier, genau. Und warum aus Faulheit? Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt es doch nicht. Aber auch, ne? Jupiter im Wassermann. Ja. Jetzt singen sie hier Strubelpeter wieder, ne? Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ja, guck mal, und da wird schon die Suppe, da wird schon die Suppe gereicht. Wie geil ist das denn schon wieder? Ja, aber, ne, ihr kommt halt ins Genießen, ne? Oder das ist ja der Rat an euch hier, ne, in die Phase des Genießens, in die Selbstliebe mit euren Seelengeschwistern zu kommen, ne? Hier, guckt mal, da wird die Suppe gereicht. Vielleicht, ich glaub das nicht. Ja, ganz genau. Und ihr steigt jetzt einfach ein in den Fluss, ne? In den Fluss, in den Lauf der Dinge, in die Annahme und Akzeptanz, ne? Hier ist kein, ich hol mir keine kalte Dusche mehr. Ich hol mir nicht nochmal eine Klatsche, ne? Ich mach mich hier nicht nochmal zum Esel. Ja. Also hier haben wir jetzt aber, ne, da müsste man, dann muss man ja sowieso in der Regel immer, ne, über eine persönliche Legung gucken, quasi was überwiegt, ne? Weil wir haben jetzt so, hier einmal die Entscheidung liegen, ne? Das Herz drückt mit der Entscheidung und dann aber dagegen der Verstand, ja, der das Herz aus Faulheit, die Themen anzugehen, kontrolliert. Ja? Ja? Aber das Herz ist tatsächlich so schlau oder die aktuellen Energien, ne? Wie gesagt, Jupiter im Wassermann, Mars im Stier, ne? Ähm, drücken hier die Neugier, ja? Die Neugier drückt. Das Herz kriegt den Verstand über Neugier. Oh, vielleicht auch so einen kleinen Löffel von der Suppe probieren, ne? Finde ich gut. Da bin ich ja schon wieder dabei, ne? Ja. Na guti gut. Was bedeutet das denn auf Handlungsebene? Was ist denn hier der nächste Schritt? Ja, da, was wir mit der Wintersonnenwende angezeigt bekommen haben, ne? Oder angesagt bekommen haben, ne? Komm hier jetzt aber langsam mal und dafür sorgt das Herz, wie ihr seht, ne? Da fließen ja nun immer die kosmischen Energien ein, ja? Jetzt langsam hier, der nächste Schritt ist wieder zurück auf den Seelenpfad zu kommen, ne? Da. Die Meerjungfrauen berühren dein Herz. Hier das, was ich gerade gesagt habe. Also es strömt halt, die Energien strömen halt immer über die Herzensebene ein, ne? Ja. Berühren dein Herz und du erkennst, dass der Pfad deiner Seele in dir leuchtet, ne? Ja, hier die Stimme immer lauter wird, ne? Was wir ja auf Kopfebene durch die Neugier, ne? Und die Wunscherfüllung auch schon angezeigt haben, ne? Sie nehmen dich an die Hand und führen dich auf diesen Pfad. Ja, ganz genau. Die Rückführung auf den Pfad, ne? Wie mit der Wintersonnenwende angezeigt, ja? Und helfen dir zu der Quelle deiner Seele zu gelangen. Formuliere deine Wünsche hier im Kopf, ne? Guck mal. Haha. Die Meerjungfrauen unterstützen dich, diese zu manifestieren und dir dann zu zeigen, ne? Aufzuzeigen, Impulse zu senden. Ja, dann mach dies, ne? Dann mach das, ja? Hör auf hier, ne? Deine Faulheit dein Leben kontrollieren zu lassen, ja? Hör auf damit. Treff die Entscheidung, ne? Dass du für deine Wunscherfüllung, deiner Neugier folgen darfst und dementsprechend ins Handeln kommen darfst, ne? Ja, hier. Die Meerjungfrauen, die Energien helfen jetzt, ja? Deine Wünsche zu manifestieren und deine Herzensenergie für diese einzusetzen, ja? Und das Herz sagt, Entscheidung, 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 Entscheidung. Nein, ich höre nicht auf, dir diese Neugier zu senden. Nein. Wie geil ist das denn? Wieso, weshalb, warum? Weil du zurück auf deinen Seelenfahrt sollst. Du hast jetzt genug pausiert. Los, weg mit der Faulheit. Ja, find ich gut. Na dann mal los, ja? Sie begleiten dich auf neuen und unbekannten Wegen. Oh nein, ich muss dafür was verändern. Ja, ist egal. Sie lassen dich spüren, dass du ein Geschenk bist und ein unermesslicher Schatz in dir liegt, ja? Es ist Zeit, deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Hier. Die Kombination von Herz und Kopf auf dem Feld des nächsten Schrittes. Oh nein, jetzt macht euch bitte nicht wieder zum Honk, ne? Das wäre jetzt wichtig, ja? Weil sonst hat hier Faulheit gesiegt. Das ist ja geil. Ich brauchte wieder gar nichts machen. Das wäre, das wäre, ja, hier sind die Energien. Guckt, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, ne? Joule, Wintersonnenwende, Marsi Mars im Stier, Jupiter im Wassermann, da. Ja. Das ist der nächste Schritt. Warum? Ja, weil auf die zukommt eine Erstarrung, ne? Eurerseits. Hier, das, was wir hier schon alles jetzt hundertmal gesagt haben, ne? Ich mach mich nicht nochmal zum Honk. Ich stecke keinen Ehrgeiz da rein. Ich habe genug kalte Duschen gehabt. Und diese Ablehnung brauche ich jetzt nicht nochmal zu erfahren, ja? Ich umgebe mich mit Menschen, wo ich in meine Selbstliebe, wo sich meine Selbstliebe ausdehnen kann. Warum kann die sich ausdehnen? Weil ich mich mit diesen Menschen halt geborgen, geschützt und das Vertrauen habe und das Gefühl der Liebe sich ausdehnen kann, ne? Ja, Erstarrung. Von euch kommt also nichts. Ja. Von euch kommt also nichts. Auch nicht nachts, ne? Und wenn sich diese Sehnsucht zum Albtraum entwickelt, ja, oder, ne? Dann habe ich euch da ja schon eine Lösung angeboten, ne? Schlaft ihr mit der Meditation ein, ne? Die führt zurück zu eurer Seele, ne? Ja, und aufgrund dieser Erfahrung hier, das ist auch die 28, ne? Da haben wir wieder Marsch im Marsch, ne? Ist der nächste Schritt, ähm, euch zu verführen. Und da müsst ihr aber aufpassen, ne? Dass diese Verführung nicht wieder zum Alleinsein führt, ne? Und das ist ja auch das, was wir euch immer gesagt haben, ne? Dann aber beobachten, ne? Ist das ein Strohfeuer, eine Momentaufnahme, ne? Oder? Und wie sehr könnt ihr da einfach auch bei euch bleiben, ne? Könnt ihr das beobachten? Weil wir haben es ja hier als Sturm angezeigt, ja? Als Sturm und dann, ähm, müsst ihr aufpassen, dass das nicht eine Momentbefriedigung wird, ne? Wo derjenige welche, der, die das gegenüber, ja, dann hinterher zufrieden, grunzend ins Bettchen fällt und sich seiner Faulheit wieder hingeben kann, weil, ne? Oder ob es halt tatsächlich, ja, hier. Und da wird 36, ne, Schicksalskreuz, ne? Das Schicksal fürsorgen. Oder besser gesagt, die ganzen, äh, momentan vorherrschenden Energien, ne? Schubsen zurück auf dem Seelenpfad. Und wie viel arbeitet man dann in, in diesen, in diese Wunschabfüllung, ne? In diese Entscheidung, ne? Und stecken muss, ja? Oder wie sehr man damit, äh, Faulheit sich ins gemachte Nest setzen kann und dann hinterher den Impuls an die Seele zurückzugeben, ne? Was hast du denn hier für einen Stress gemacht? Das ist doch alles gut, ne? Ist doch immer noch da und, äh, springt doch auch immer noch. Brauchen wir uns doch hier gar keinen Stress zu machen, ja? Oder ob dann tatsächlich hier Faulheit überwunden werden muss, ne? Ne? Entscheidungen mutig getroffen werden müssen und, äh, tatsächliche Veränderungen, um die Neugier zu befriedigen und zu seiner Wunscherfüllung zu kommen, ähm, ja? Was da rein investiert werden muss, ne? Das, äh, entscheidet ihr dann, wenn dieser Sturm in eure Richtung kommt, selbst, ne? Ja, und jetzt schließen wir auch in der 36. Minute ab. Haha, finde ich gut. Ja. Okay, ihr Hübschen, ihr wisst erst mal Bescheid, wie es, äh, bei Mars, die Mars aussieht, ja? Beim Gegenüber, bei RCS Gegenüber. Und dann hören wir Sonntag wieder mit einem Wochenorakel. Und wenn ihr die Gegenüberstellung für eure persönliche Situation wollt, stelle ich euch den entsprechenden Link in die Infobox, ja? Ja, da findet ihr auch die Meditationen. Und dann seid ihr erst mal versorgt. Okay, bis Sonntag. Bis dann. So am. So am.